Darf ich? Genau, genau. Das ist ziemlich fair, finde ich. Nämlich nicht. Was ist das? Geh, du mal weg, genau. Jetzt reicht's mir aber, ey. Nicht hier schmuse kurz hier. Genau. Komm, ey, fick dich. Spiel, fick dich. Ganz ehrlich, fick dich. Sind so... Hallo. Ich weiß nicht. Der Kopfschmerzen. Wie die nämlich auch immer sehen können. Pass mal auf, ich hab da auch ein Snipergewehr oder nicht. Doch, klar. Genau. So sieht's aus. So und nicht anders. Krieg ich so richtig... Aufhörfresse jetzt, ey. Ich hab keine Geduld gehabt, ey. Ganz ruhig. Okay. Was läuft, Bro? Genau. Genau. genau ich treffe den nicht aber die treffe gleiche Entfernung ich schieße genau auf ihn und ich treffe nicht und die ganz ehrlich ich fick dich schwer ich fick dich einfach komm ja Damien's IP halt die Fresse die Typen haben das zu ner Festung ausgebaut allein komm ich da nie rein ich schnauze voll komm her ich schleife mich in ihr Netz und dann und wir einen Blick hey du du möchtest auch die Fresse kannst du gerne haben genau 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 na so sieht's aus die können mich hier um die Ecke noch erschießen okay sowas hab ich auch noch nicht gesehen aber ich spiel ziemlich unfair ich spiel mir Bomben ich darf die nicht benutzen oder was hey das ist doch scheiße ich werde die die Ecke hey komm komm ey das ist sowas von nicht realistisch nicht mal ansatzweise oh ne Scheiß nicht mal ansatz komm her komm fick dich ich schnauze richtig auf den Fresse ohne allein komm ich da nie rein okay ich schleife mich in ihr Netzwerk und dann und wir einen Blick hinein bestes scheiß Handy piepst dir immer deins ach du scheiße ich geh gleich hoch und tatsächlich er geht hoch wer sieht mich da denn ist ja dahin in der Fuzi okay quick kann ich hier über die Paletten klettern ohne Scheiß komm klettern klettern einfach drüber stehe näher zu zweit okay meinst du mit sowas verschwende ich meine Zeit nicht du lass die das nicht wegschmeißen ey ihr Problem mein Sieg so das hätten wir schon mehr Aufmerksamkeit erregt als ich wollte wie sieht's denn aus die Viceroy's haben das CTOS in Rossi Fremont deaktiviert sie haben es komplett umgeleitet und nicht nur das CTOS ist offline das ganze Gebiet diese Leute man kommt sich vor wie in einem Kriegsgebiet das erklärt warum Blum nichts repariert Blum hätte das Geld sich darum zu kümmern das passt nicht ok ok gehen wir hier rum du siehst mich nicht lass mal vielleicht gucken ich war noch nicht nah genug dran Scheiße, gut. Schwachstelle erkannt, ja, das bringt mir nichts. Ich kann sie nicht auslösen. Schön, dass du sowas erkannt hast, aber... Bringen tut es mir im Moment nichts. Wer sieht? Die hat mich gesehen. So. Gut. Ähm... Bleibt wach, nur für den Pfeil. Meine Fresse! Scheiße! Nimm's mir ab! Nimm's mir ab! Boom. Hat er Boom gemacht? Der sieht nicht. Komm mal hier hin. Ich möchte den auch noch gerne ausschalten. Meine Fresse! Ah! Ah! Tschüss! So schwer war das so gar nicht. Junge. Ähm... Das krieg ich wohl hin. Was geschafft. Ich glaube, die Viceroy's werden von Chicago gewaltig unterschätzt. Die Typen wissen, was sie tun. Also wird alles noch komplizierter. Ja. Wo war ein Audiolog? Langsam mache ich mir Sorgen, was wir da drin finden. Wo war ein Audiolog? Wo war ein Audiolog? Und das? Oh, ich weiß nicht. Ich möchte mich nicht auf, was wir sehen. Ich möchte mich nicht auf, was wir ein Audiologo machen. Das ist ein Audiologo. Aber ich möchte mich nicht auf, was wir sind. Das Gebiet verlassen, klar, mach ich Na gut, zurück zum Bunker Ich guck mal, was Rossi Fremont so versteht So Tschüss Hab ich gemacht Bisschen geschafft Okay, Akt 2, notdürftig geschafft